Noch zu Beginn der 1960er Jahre ist das Dorf Kurwalden an der Passstrasse zur Lenzerheide ein verschlafener Ort. Skilifte für den Wintertourismus finden sich zu dieser Zeit aber schon in mehreren umliegenden Gemeinden, darunter das Skigebiet Brambrüesch und die Lifte zwischen Walbella und dem Stetzerhorn. So machen sich die Kurwaldner stark für eine Anbindung an die bestehenden Anlagen auf der Alpstedts. Die Eröffnung des steilen Zubringerschlepplifts Heidbühl erfolgt 1962. Sechs Jahre später soll auch der Hausberg Bradaschir durch Seilbahnen erschlossen werden. Das weitläufige und weitgehend baumfreie Gelände auf der Alp Pagic entpuppt sich als ideal für Skifahrer. Die Firma Städeli wird mit dem Bau zweier Seilbahnsektionen beauftragt. Auf der unteren Teilstrecke entsteht eine fix geklemmte Zweiersesselbahn, der obere Teil soll durch einen leistungsfähigen Schlepplift zugänglich gemacht werden. Im Winter 1968 kann der Lift von der Alp Pagic zur sogenannten Wildägger in knapp 2300 Metern Höhe eingeweiht werden. Die häufig starken Winde auf der baumfreien Hochebene sorgen jedoch dafür, dass der Lift alsbald nur noch unter dem Namen Windägger bekannt ist. Die neue Flurbezeichnung ist ab den 70er Jahren auch auf der Landeskarte verzeichnet. Aus technischer Sicht handelt es sich um einen klassischen Städeli-Schlepplift mit typischen Fachwerkstützen in Portalform. Bewegt wird die Anlage von der Talstation aus durch einen fahrbaren Brückenantrieb. Mit 14 Stützen, einer Länge von fast 1,5 Kilometern und 520 Höhenmetern zählt der Lift zu den beeindruckendsten der ganzen Region. 1982 erfolgt der bis heute einzige grössere Umbau. Bei diesem ersetzen neue Hydrogehänge mit Langbügeln die bisherigen Exemplare. Auf diese Weise kann die Förderleistung auf 1000 Personen pro Stunde gesteigert werden. Für den Umbau sind einige Anpassungen notwendig, die heute noch deutlich sichtbar sind. Beispielsweise hängt an der ersten Stütze seither eine eigentümliche Rollenbatterie auf der bergfahrenden Seite, die einen horizontalen Seilverlauf für einen bequemen Einstieg ermöglicht. Die letzten drei Stützen werden bei dem Umbau um mehrere Meter erhöht, was etwas unterhalb einen neuen, einseitigen Niederhalter notwendig macht. Um mehr Platz beim Ausstieg zu schaffen, wird auch die Umlenkstation ersetzt und weiter nach hinten platziert. Als eine der ältesten Seilbahnen der Lenzerheide ist der Schlepplift Windegger heute ein echtes Juwel. Nicht nur, weil er in weiten Teilen noch wie vor 50 Jahren daherkommt, sondern auch, weil er mit seinem hervorragenden Verhältnis von Lift-zu-Pisten-Kapazität entspanntes und genussvolles Skifahren ohne Hektik auf den Abfahrten ermöglicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.il.